Hallo Leute und willkommen zurück zu Hearthstone. Ja, wir sind hier immer noch auf dem US-Server. Im letzten Part haben wir den Paladin gerade so platt gemacht und wir schauen jetzt mal, wie gut das jetzt in dem Word. Wir stehen 4-0, das ist eigentlich schon relativ okay. Wenn man 7 Wins hat, ist das Arena Gold wieder raus. Also man kann auch, ich glaube mit 6 oder 5 kann man, wenn man richtig Glück hat, kann man da auch 150 Gold raushauen. Aber im Normalfall bei 7 sagt man eigentlich immer, wenn man 7 Wins hat, dass man auf jeden Fall das Arena Gold wieder draußen hat. Auf 7 Wins denke ich kaum, dass wir es schaffen. Also ich gehe eher, wie gesagt, eigentlich war meine Vermutung ja 3 Wins maximal. Sind wir schon bei 4, das hat mich schon ziemlich überrascht. Anregen überhalte ich jetzt auf der Mainhand mal. Die 2 nicht. Ich hoffe, wir kriegen den Yeti. Haben wir einen Yeti in dem Deck? Weiß ich gar nicht. Okay, das bringt uns jetzt hier gar nichts. Ich hoffe, wir ziehen was, wo ich Anregen benutzen kann, um direkt was Dickes rauszuhauen. Gut, das ist nichts Dickes. Ja, wir müssen schauen. Also ich denke, dieses Match werden wir jetzt schon verlieren, weil ich habe nur Scheiße auf der Hand. Je nachdem, was er auf der Hand hat, kann es sein, dass wir extrem Pech kriegen werden jetzt. Ich weiß es halt nicht. Ja gut, das ist noch okay. Den werde ich weg traden. Dann hat er noch einen Einer auf dem Board. Je nachdem, was ich halt kriege. Trilite Rack ist okay. Den werde ich wegmachen. Den mache ich in der nächsten Runde weg. Und dann versuche ich in der 4. Runde einen dicken Zwielichtdrachen rauszuhauen. Aber das kann auch einen das ganze Spiel versauen. Weil wir haben zwar Swipe, aber nicht auf der Hand. Das ist es ja halt gerade. Der interessiert mich jetzt nicht. Den ignoriere ich jetzt erstmal vollkommen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal so machen. Und in der nächsten Runde dann gucken, dass ich einen dicken Twilight-Dreck rauskriege. Und hoffen, dass er damit erstmal nicht klarkommt. Für jede Karte kriegt er halt ein Leben mehr. Und wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5. Der wird glaube ich nicht mitgezählt. 6 oder 7. Karten auffahren. Mal gucken. Müssen wir mal gucken. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwer, die wegzukriegen. Aber ich spiele jetzt erstmal einen dicken Twilight-Dreck. Ja, 4, 7er ist okay. Damit kommen wir erstmal klar. Wir haben... Also ein Priester hatte wieder den Vorteil, dass er ihn heilen könnte. Was wir jetzt nicht haben... Das war mir irgendwie ja schon klar. Bin ich schon ganz ehrlich. Aber wir haben ein Removal. Aber er haut uns zwar gerade ziemlich dick die Fresse ein, muss man schon sagen. Ich werde jetzt wahrscheinlich Anregen machen. Ihn spielen einfach nur, um ihn wegzukriegen. Und er hier ist gefährlicher. Deswegen werde ich ihn jetzt erstmal wegmachen. Weil er könnte ihn enrage, dann wäre es ein 5-2er, 5-1er, je nachdem. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Board-Control wieder kriegen. Die könnten wir kriegen, je nachdem, was er jetzt spielt. Wenn ich dann Shapeshift auf ihn mache und dann ihn auf ihn. Aber gut, das wird ein Spotter raus machen. Das war schon klar. Das war mir klar. Der wird jetzt wahrscheinlich volle Kanne aggressiv gehen. Einfach nur, ähm... Damit er, äh... Gesaved ist. Weil ich kann jetzt gerade nicht wirklich was machen, wie er sieht. Ich könnte... Ich kann ihn noch nicht mehr wirklich traden. That's my problem. Deswegen... Werde ich jetzt ein bisschen was spielen. Und... Ja gut, wir haben nur noch 18 Leben. Der wird mich jetzt downrushen. Das ist logisch. Wir haben keine Spotter auf dem Deck. Ich weiß nicht, was er jetzt spielt. Wenn er jetzt noch einen Spotter spielt. Oder irgendwas macht, was ich jetzt nicht so schnell wegkriege. Dann sind wir sowieso schon... Verputt. Kann man sagen. Wahrscheinlich werde ich gleich Savage-Raw benutzen. Damit ich einfach das Board von ihm clear kriege. Und dann wahrscheinlich noch... Seel des Waldes oder so rausholen. Einfach nur damit, wenn die kaputt gehen. Also er wird wahrscheinlich sowieso drauf gehen dann. Wenn das überhaupt geht. Weiß ich gar nicht. Wie viel. Boah, 5, 6, 7. Ja, passt genau. Dass ich dann immer und trotzdem noch was auf dem Board habe. Daher... Muss man gucken. Ihn werde ich wahrscheinlich dann enragen. Und... Ja, mal gucken. Ich weiß halt nicht, was er spielt. Wenn er jetzt... Gut, er spielt noch so ein Ding. Wie gesagt, er wird volle Kanne auf die Fresse gehen. Das ist klar. Er hat nichts zu verlieren. Gerade er hat vollste Board-Control. Oh ne, er tradet. Redet? Und gut. Auf ihn, denke ich mal, ne? Aber gut, damit komme ich klar. Wie gesagt. Ähm... Und das wäre jetzt eventuell auch nicht schlecht. Was kriege ich denn dann weg? Ich kriege nicht viel weg. Also, ich bin dann überlegen, Savage Ward zu nutzen. Um einfach versuchen, das Board ein bisschen clear zu kriegen. Aber into... Seele des Waldes. Und zwar werde ich ihn da reinballern. Ballern. Hm... Ihn da reinballern. Und... Den da wegmachen. Den nur bei 13 Leben. Das sieht gerade nicht gut aus. Er wird ihn traden. Er wird ihn traden. Und zack. Haben wir wieder die Arschkarte. Das Problem ist gerade halt einfach, dass ich, ähm... Gucken muss, wie ich das Board clear kriege. Damit ich die Board-Control wieder, äh... Habe. Dass er nicht vollkommen aufs Gesicht gehen kann. Na klar. Was hat er noch? Okay. Wir haben aber auch nix, um den gerade auch wirklich aufzuhalten, wie man sieht. Ähm... Wir haben eigentlich nicht viel. Also, das, was er jetzt auf... Der hat sechs Schaden auf dem Board. Sieben. Mit seiner Verheldenfähigkeit. Dann... Oh Gott. Oh, der passt. Der kommt jetzt gerade richtig gut. Dann machen wir diesen hier. Und ich hoffe, dass er keinen Silence hat. Dann hat er jetzt nämlich erstmal ein paar Probleme. Aber dafür... Na ja, mal gucken, was er hat. Wenn er einen Silence hat, sind wir sowieso. Dann kann man schon sagen, dass wir verloren haben. Oh Gott. Etwas Dickeres. Aber damit komme ich sogar noch relativ gut klar. So wie das gerade aussieht. Ich mache jetzt erstmal diesen hier. Defender of Argus. Ist an sich schon mal nicht schlecht. Hm. Ich mache ihn, denke ich mal, noch ein bisschen dicker. Aber er kriegt den jetzt halt auf jeden Fall weg. Aber wir haben halt Argus. Und das ist das, was mich gerade ein bisschen... Freut. Gucken, was er macht. Rotum der Leere. Er zieht sich wahrscheinlich zwei Karten. Heel ist überflüssig. Der hat noch so gesehen 28 Leben. Macht einen Shapeshift. Der geht mit der Fresse da rein. Ne. Ne, ne, ne. Wäre auch ein bisschen dumm. Was uns jetzt helfen könnte, wäre Swipe. Könnte uns noch helfen. Ein bisschen zumindest. Hm. Das könnte uns noch helfen. Er hat Zorn jetzt eigentlich weniger. Swipe wäre jetzt wirklich gut. Ich versuche, Swipe mal zu bekommen. Einfach nur in der Hoffnung, Swipe zu bekommen. Nein, das ist kein Swipe. Dann muss ich ihn jetzt ein bisschen aufhalten. Dann werde ich diesen spielen, diesen spielen und diesen spielen. Ich muss gucken, dass ich ihn, äh, aufhalte. Aber es kann halt auch sein, dass er mich jetzt schon finishen kann. Je nachdem, was er halt hat. Na, Zorn. Gut. Dann wird er ihn rein trainen und fünf in die Fresse. Wenn sogar, wenn er nicht sogar jetzt schon finishen kann. Nein, er, was macht er? Angriff? Ja. Gut. GG. Das war's. Ah. Der lief jetzt nicht so gut, der Run. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht wirklich erwartet. Und wie gesagt, wir haben die Karten nicht bekommen, die uns hätte retten können. Ähm. Gut. Ich schaue direkt mal eine Runde hinterher. Wir sind ja gerade mal acht Minuten. Hm. So. Also es könnte jetzt sein, dass wir direkt drei hintereinander verlieren. Wovon ich auch irgendwie gerade ein bisschen ausgehe. Weil die Gegner werden nicht schwächer. Die werden stärker. umso mehr man spielt. Na ja. Muss man schauen. Irgendwie spielen wir nur gegen Paladine. Erste Spiel war ein Paladin. Jetzt das vierte Spiel war ein Paladin. Ne, das fünfte. Doch, das vierte Spiel war ein Paladin. Und, äh. Dann waren mal zwei Jäger dazu. Gott, ich habe den auch gerade erst weggelegt. Oh, den habe ich ja auch gerade erst weggelegt. Ich fühle mich voll verarscht. Hier sind schon wieder keine Low Minions. Das wird jetzt wieder übel schwer, ähm. Die Board Control zu kriegen. Ist das derselbe von eben? Ne. Ah, nun kann ich nicht mehr nachgucken. Aber derselbe von eben hat mich angegriffen. That's der Unterschied. Aber, naja. Wir können erst mal gar nichts machen. Wir haben nur High Minions auf dem Board. Äh, auf der Hand. Das ist a problem. I, ja. Das ist jetzt die Frage. Also, ich werde ihn jetzt immer schön, ähm. Nicht machen. Obwohl ich mir auch eine Karte ziehen könnte. Aber, soll ich mir eine Karte ziehen? Ne. Ich lasse es mal noch. Und hier einfach weiterhin sein Board. Weil, wenn er ein Blessing of Kingdoms hat, dann macht er daraus einfach mal schnell ein 5.5 war. Und dann haben wir erst mal ein paar Probleme. Und, ja. Er macht auch noch nichts. Sehe ich das richtig? Okay, das wird Get Down sein. Get Down geht aber nicht durch, ähm. Soweit ich es weiß, geht Get Down nicht durch. Das wird Get Down sein. Deswegen werde ich das jetzt proggen. Nein, ist das Redemption? Okay, dann ist es Erlösung. Auch gut. Das ist ein Trick, wer hat mich? Wenig. Get Down wäre ja besser, finde ich. Naja. Einfach nur, um das Secret zu prongen. Also, um es rauszuholen. Man sollte Secrets nicht so lange auf sich warten lassen. Ansonsten können wir aufbauen, 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 aufbauen. Und das ist ja nicht das, was man will, ne? Gut. Dark Iron Dwarf, also, ja. Ich denke, ich mach mal den. Falls, kann sein, dass er ihn gradet, kann aber auch sein, dass er ihn stehen lässt. Wenn er ihn stehen lässt, dann werde ich ihn mit Zornenbeck machen. Wenn er ihn platt macht, gut, er hat den dafür, ist okay. Oh, er geht auf die Fresse damit. Aber volle kann auf die... Ah, okay. Das wird wahrscheinlich auch... Ähm... Das könnte jetzt Get Down sein. Wie man das am besten guckt. So. Ohne das Minion groß zu beschädigen. Es ist Get Down. Damit blockiert er den Angriff von ihm ab. Und, ne? Sieht man ja. So. Wen ich jetzt wegmache, ist auf jeden Fall diesen hier. Aber ihn lass ich mal stehen. Damit mach ich ja wahrscheinlich mit ihm platt oder so. Gleich gucken. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Vielleicht spiel ich aber auch ihn. Dann hat er ja wahrscheinlich erstmal ein Problem. Außer er hat einen Silence. Er geht mit einem Gesicht da drauf. Was hat denn der denn? Ein Elfenarcher, alles klar. Okay. Meinetwegen. Elfenarcher. Was hat er noch? Ein Truesilber. Dafür hab ich ihn. Der kann jetzt nicht angreifen. Damit ist ein schönes Truesilber im Ass. Sag ich mal. Dann mach ich noch Savage War. Ach, Savage War. Hier. Fähigkeit. Und lass ihn erstmal so stehen. In der nächsten Runde werden wir wahrscheinlich, je nachdem was er macht, entweder trade ich ihn mit ihm, spiele ihn oder ich spiele ihn. Oder, ne den nicht, der ist so teuer. Truesilber Nummer 2. Nicht schlecht, der hat kein schlechtes Deck. Also 2 Truesilber, also Echtsilber Champions zu haben, ist schon richtig gut, muss man sagen. Da. Uh, das ist jetzt böse. Das ist richtig böse. Wie machen wir das am besten? Wir könnten ihn check spielen. Aber wenn er da durchkommt, sind wir ziemlich am Arsch. Muss man schon sagen. Wir könnten ihm check spielen. Oder wir könnten ihm check spielen. Aber der check ist nicht so gut. Hm, wie machen wir das? Ich versuche erstmal den Dicken da wegzukriegen. Und werde ihn noch spielen. Er hat zwar echt Silber, damit wird er ihn wegmachen. Ich weiß halt nicht, was er noch hat, um ihn zu pushen jetzt. Kann sein, dass wir jetzt auch schon wieder verloren haben. Er geht auf die Presse. Glaub ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, er tradet. Ist okay. Dafür ist sein scheiß Champion da weg. Also Paladin ist derzeit die Klasse, die am meisten, ähm, Potenzial hat zu gewinnen in der Arena. Soweit ich es gesehen habe, von den Statistiken her. und, ähm, daher ist es jetzt für mich natürlich jetzt auch ein bisschen schwer, gegen ihn anzukämpfen. Aber, das heißt nichts. Man kann immer noch backkommen. Also, es ist zwar jetzt gerade schwer, für mich backzukommen, aber wir haben zwei dicke Taunter. Aber er kann jetzt eventuell auch schon finishen. Man weiß ja nicht, was er auch vorhanden hat. Wenn er jetzt zum Beispiel irgendeinen dicken Charger hat oder sowas, dann können wir schon Probleme haben. Ja, Herr, man weiß es nicht. Wir müssen es gucken. Wir müssen gucken. Ich muss mich gleich ein bisschen safen. Daher spiele ich wahrscheinlich Sonnenläuferin oder ihn. Je nachdem, was er macht. Wenn er nichts Großes macht, was spielt er? Sonnige Vergeltung. Das sind acht Schaden. Für mich in die Fresse. Und wenn er jetzt noch was hat, was mir zwei Schaden macht, hat er gewonnen. Wahrscheinlich hat er irgendeinen Charger. Sonst wird er nicht, äh, Coin. Wahrscheinlich, oh ne, hat er nicht. Okay. Dann ist noch alles gut. Dann spielen wir ihn. Und ihn. Wie gesagt, er braucht jetzt nur noch einen Hammer haben und wir haben verloren. Also, Hammer der Gerechtigkeit ist das, glaube ich. Dann haben wir schon verloren. Oder eine Weihe. Und er hat natürlich die Legendary. Geile Sache. Ich freue mich. Aber wir können ihn da reinrennen lassen. Dann ist er zwar instant tot. Ähm. Aber er hat eine Fünfer Waffe. Und that's is it. It's a problem. Und dagegen kann ich nichts machen. Weil ich kein Dings habe. Kein, ähm, kein Silence. Gerade auf der Hand. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt einen Silence im Deck haben. Weiß ich gerade gar nicht. Er braucht nur eine Dings, wie gesagt. Eine Weihe. Ansturm. Da wird wahrscheinlich... Ich bin mal gespannt, wie er durch ihn kommen will. Wahrscheinlich in dieser Runde nicht. Wie stellt sich 6 Leben wieder her? Ich kann ihn nicht angreifen. Mit meiner... Mit mir selber. Das ist das... Das ist auch ein ziemlich dickes Problem. Äh, Worm Infiltrator ist okay. Machen wir uns nochmal ein paar Spotter. Und wir heilen uns mal. Da sind wir aus der Consecration Range auf jeden Fall. Und wenn wir Schwein haben, haben wir nächste Runde gewonnen. Aber wir könnten auch... Ach, ich hätte ihn noch angreifen müssen. Scheiße. Missplay von mir. Oh, wir haben sogar noch gewonnen. Und das gegen Tyrion. Alter, das war... Das hat mich jetzt echt ein bisschen verblüfft, dass wir das noch gewonnen haben. Ey. Das war... Luck. Das war mehr Luck als alles andere. Der Swipe hat uns ziemlich den Arsch gerettet. Und... Ja, gut. Okay. Dann beende ich jetzt den Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Äh, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Also, haut rein. Ciao. Uh... Und... Untertitelung. BR 2018